Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschung Show. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschung Show bei WOLF. So, 5 Euro Überraschung Show, 5 Euro Überraschung Show. Sind Sie auch immer so aufgeregt, welche Produkte jetzt kommen? Wir wissen auch gar nicht, welche Produkte jetzt kommen. Auch wir lassen uns immer mit Ihnen überraschen. Wir haben keine Ahnung. Die Einzige, die das immer weiß, das ist die Diana. Weil die hat immer die Boxen und die weiß ganz genau, was jetzt kommt. Deshalb die, aber die verrät nichts. Die lässt nichts raus. Alle Produkte, die wir Ihnen jetzt zeigen, sind runtergesetzt. Nur für diese Sendung auf 5 Euro. Sie dürfen sogar jedes Produkt, wenn wir nichts anderes sagen, bis zu 5 Mal bestellen. Also direkt zugreifen, 5 Einheimsten. Das eignet sich immer hervorragend auch als Geschenk zum Beispiel. Nur so als kleiner Tipp. Und wir legen auch direkt los, weil wir wollen sie ja nicht länger auf die Folter spannen. Deshalb immer direkt zugreifen. Da sind tolle Sachen mit dabei. Und hier kommt schon Ihr krasses Produkt. Mit Diana? Die hat das schon mal was. Oh, das passt gar nicht in die Box rein. Das ist was Großes. Oh, Dekoration, liebe Zuschauer. Das ist natürlich toll. Ein bisschen Dekoration. Und zwar hier mit, oh, das kann man sogar anmachen. Pass mal auf. Oh, das ist natürlich schön. Schau mal. Wow, mit Licht. Wunderschöne Lichtdekoration hier. Das sieht natürlich edel und elegant aus. Das ist ein so ein moderner Lichterbaum mit 25 warmweißen LEDs. So was jetzt mal im Wohnzimmer zum Beispiel oder vielleicht auch im Schlafzimmer. Ist das nicht toll? Schau dir das mal an. Das sieht aus wie so richtig moderne Kunst, oder? Ja, oder ich dachte gerade, weil du es auch gerade so jetzt vor deine Lunge geschoben hast, dass du so ein bisschen wie die Bronchien aussiehst, so ein bisschen. Oder wie eine Koralle oder irgendwie sowas. Das ist schick, ne? Irgendwas Organisches. Was Filigranes, was Lebendiges. Aber natürlich mit dem Licht deutlich in Richtung Stimmung und Dekoration getrimmt. Also sowas habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen vorher. So ganz, ganz fein. Und das kann man wahrscheinlich auch dann so ein bisschen biegen noch, denke ich hier so. Ja, schau dir das mal an. 25 LEDs, warmweiß. Und vor allen Dingen, wir haben es ja gesehen, unten hat Kati einfach eingeschaltet. Wir haben ja auch keinen Strom hier oder sowas dran angestöpselt. Das heißt, Batterie betrieben. Können Sie also überall aufstellen. Zum Beispiel schön, ich liebe sowas im Fenster immer, muss ich sagen. So ein Küchenfenster zum Beispiel. Hat man von drinnen was, hat man von draußen was. Aber natürlich auch, wenn man so ein schönes Wohnzimmerregal hat oder so ein Zeitboard oder sowas. Sowas einfach mal als Hingucker draufstellen und einschalten natürlich dann auch abends, ist man sofort, glaube ich, einfach, dass man da hinguckt und sich denkt, meine Güte, das ist doch wirklich mal was ganz Besonderes. Das muss Kunst sein, oder? Das ist wunderschön, gerade bei so einer weißen Wand zum Beispiel, wenn man da so Akzente setzen möchte, dann stellt man sich direkt da zwei vielleicht davor und dann hat man da gleich so richtige Hingucker, die wirklich wunderschön beleuchtet sind. Und mit diesen 25 kleinen LEDs, das sieht traumhaft schön aus, das Ganze, also wunderschön für 5 Euro. Sie sehen, unverbindliche Preisempfehlung, 39,90 Euro das Ganze. Das ist natürlich richtig toll, dass man das jetzt hier für 5 Euro bekommen kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du sowas dann in den teureren Dekorationsläden findest, da gibt es ja diese Läden, die wirklich dann auch diese Kunstobjekte, diese teureren, da steht ja sowas dann auch gern mal, wenn du das da findest, da kostet das bestimmt dann auch mal 80 oder 90 Euro. Boah, echt? Meinst du? Natürlich, weil gerade solche Sachen dann auch noch mit... Bei Kunst wird es gleich preistellig. Ja, natürlich, und wenn du dann halt auch noch was Beleuchtetes haben möchtest, dann wird es immer richtig teuer, da kannst du richtig viel Geld für ausgeben. Und dann, wenn du dir sowas dann aufstellen möchtest, gerade dieses futuristische Leicht, dieses dezente und sowas dann, das siehst du dann auch, wenn in diesen ganz, ganz teuren Wohneinrichtungen, das wird auch häufig abgebildet, vielleicht haben sie sowas schon mal gesehen. Wenn sie da diese Zeitung, diese Hochglanz-Magazine, wo diese ganz, ganz schicken Häuser drin abgebildet sind, da gibt es dann immer so ganz schicke Wohnungen oder Häuser, die so ganz schlicht in weiß und schwarz eingerichtet sind. Und dann hast du so ein weißes Zeitboard zum Beispiel und das ist dann wirklich so ein weißer, schlichter Flur und auf diesem weißen, schlichten Zeitboard stehen dann einfach nur zwei von diesen tollen Lichterbäumen. Zwei so zack, zack drauf. Und das kostet dann ein kleines Vermögen. Aber hier jetzt sowas mal für 5 Euro, kann man dann schick draufstellen, auch mal so in den Eingangsbereich und schau dir das mal an, das ist ja der Wahnsinn. Richtig toll. Ist ja super. Fast jetzt wie so eine Hand mit so mit so Fingern. Also das ist ja das Schöne, bei Kunst kann man immer alles hineininterpretieren, aber bei uns müssen sie halt nicht hunderte oder 80 Euro oder mehr bezahlen sollen. Gerade mal 5 Euro. Ist ja schließlich die 5 Euro Show hier. Haben sich wieder mal richtig eingeschaltet. Ich sag immer, sei schlau, schau Paul TV und das ist schon mal der schlagende Beweis wieder. So günstig kann man hier Kunst schießen. Das ist doch was Tolles, oder? Ich glaube, ich bin dran. Kann das sein? Ja bitte, komm. Zacken. Sind wieder alle gespannt? Hallo. Gucken wir mal, was ihr uns da mitgebracht habt. Ich hab hier mal den schlauen Umschlag. Oh, das ist auch toll. Haben Sie ein Smartphone? Ja, haben Sie. Das ist natürlich, was es braucht man für sein Smartphone, um tolle Bilder zu machen. Wenn man da auch gern mal so ein Selfie schießt zum Beispiel oder was fotografiert. Vielleicht möchten Sie auch mal was verkaufen. Jetzt geht hier der Preisalarm. Preisalarm, das gibt's ja nicht. Preisalarm kann immer wieder aufdrehen und das ist jetzt gerade hier bei uns passiert. Gut, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie hier mit dabei sind beim Preisalarm. Da haben Sie richtig zugeschaltet. 3,33 Euro jetzt hier für diese tolle LED-Videoleuchte oder auch für Fotos natürlich bestens geeignet mit den 16 Power-LEDs, sodass Ihre Fotos in perfektes Licht gerückt werden für die Selfies oder natürlich auch so die Fotos, die Sie machen. Selfies, genau. Man kann es ja, das ist ja sowieso, genau. Einfach rumdrehen hier, sehen Sie das? So kann man ja einfach, das ist ja hier über den Klinkenstecker, also geht natürlich für hinten, so, bitteschön, für die Hauptkamera, aber auch natürlich vorne bei den Selfies. Und da hast du auch völlig recht, Kathi, das ist ja das, was die meisten Smartphones wirklich nicht haben, ist vorne eine LED oder wenn so eine kleine Funzel. Aber hier, gerade für Selfies im Dunkeln, ist das ja genial, sag mal. Ja. Ich wollte jetzt gerade schon ins Fotoshooting mit dir gehen, mit der Hauptkamera, aber stimmt, Selfies, dann gebe ich dir das einfach und dann machst du jetzt mal ein paar schöne Selfies von dir. Das sieht man ganz, ganz oft, finde ich. Selfies sind ja sowas von momentan oder eigentlich schon seit geraumer Zeit ja in, das sieht man dann immer so, am besten auch mit Duckface noch, am besten zack so, aber im Dunkeln, da wird es natürlich dann kritisch. Und da hier, so eine kleine Aufstecklampe für alle Eventualitäten, das ist super und da kann man es rumdrehen, hat man es auch vorne, dreht man es wieder zurück, hat man es hinten, sensationell, oder? Und Sie sehen ja, man kann unterschiedliche Lichtstufen einstellen, also man kann das wirklich ganz hell dann auch machen, zack, dann leuchtet es ordentlich und dann kann man das hier richtig toll ausleuchten, also für Selfies, aber natürlich auch bestens geeignet, wenn man da mal irgendwas fotografieren möchte, gerade, Sie haben vielleicht irgendwas, was Sie verkaufen möchten oder sowas, ja, und Sie möchten das ins rechte Licht rücken, das Kameralicht ist nicht stark genug und dann möchten Sie das perfekt ausleuchten. Schauen Sie mal, allein auf meiner Hand jetzt, wie hell das dann ist, da sieht man es, glaube ich, sehr gut, man hat vielleicht irgendein schönes Stück, was man dann auch online irgendwo anbieten möchte zum Verkaufen, möchte da ein professionelles, schönes Foto haben, da braucht man ein zusätzliches Licht an seiner Kamera, das hat man dann hier. Und das wird ja einfach jetzt aufgesteckt für 3,33 Euro, das muss man sich mal überlegen, also das ist schon sehr clever. Und für die Android-Smartphones gibt es da auch eine kostenlose App zu, mit der Sie dieses Licht noch steuern können. Also das ist mit dabei für die Android-Smartphones, diese kostenlose App, die Sie sich dann runterladen können, wo Sie das Licht auch direkt mit steuern können, wenn Sie möchten. Also hier an alles gedacht, ansonsten einfach auf jedes Smartphone einfach aufstecken und dann haben Sie das Licht direkt, das Sie hier dann auch an der Seite immer in der Helligkeit verstellen können. Super clever das Ganze für 3,33 Euro. Sie dürfen natürlich bis zu fünfmal bestellen, wir kriegen gerade die Anfragen, bis zu fünf Stück, also auch zum Verschenken für die Familie, für Freunde, für Bekannte, weil sowas nimmt jeder gerne. Und dann können Sie perfekte Fotos schießen hier mit wunderschönem Licht, das ist einfach richtig clever. PX 88,51 und die 569 durch den Preisalarm jetzt für 3,33 Euro, liebe Zuschauer. Und Sie bleiben heute auf jeden Fall bis zum Ende der Sendung dran, weil wir haben heute eine kleine Überraschung für Sie am Ende der Sendung. Nur so schon mal als kleiner Teaser. Ja, die kann es nicht außerhalb. Deshalb bitte bis zum Ende der Sendung dranbleiben, wir haben eine Überraschung für Sie. Ich muss das schon mal sagen, deshalb wir, ja wir verraten noch nichts, aber wir haben eine Überraschung, deshalb auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben. Zwischendurch habe ich schon mal durchrufen und sich die Lieblingsprodukte sichern, nicht, dass die dann ausverkauft sind, dass Ihnen die anderen da alles wegbestellen. Wir haben immer nur begrenztes Kontingent. Soll ich? Ja, bitte. Los geht's. Nächstes Produkt. Wir schauen mal, was da tolles jetzt kommt. Das ist doch ein Glück. Es kann ja aus allen Produktkategorien kommen. Das ist immer das Schöne. Und wir gehen gemeinsam jetzt, wohin? In die Küche? Nein. Wir gehen gemeinsam in den Garten. Mit unserem tollen hier Gartenbewässerungs-Set, das wir hier haben. Und da können Sie jetzt selber entscheiden, wie bewässert wird. Ob mit dieser tollen Spritzbrause hier oder dann natürlich hier auch mal mit diesem tollen Spritzstrahl. Ja, also das haut mich gerade so ein bisschen um, weil ich kenne das noch aus dem Garten meiner Eltern. Das war genau so ein System. Und sowas, da hat ein einzelner Aufsatz wie dieser, hat glaube ich damals schon 20 Mark oder sowas gekostet. Das heißt heute wahrscheinlich 20 Euro. Also es ist unfassbar. Und hier kriegt man jetzt das komplette Dreier-Set mit dem Anschluss-Adapter für gerade mal 5 Euro. Und gerade sowas, das habe ich stundenlang im Garten machen müssen. Ich hatte immer Gartendienst sozusagen bei meinen Eltern. Das war natürlich dann Pflicht. Klar, macht man dann auch. Aber trotzdem, also das ist schon wichtig, dass man da das richtige Werkzeug hat. Dass man eben zum Beispiel, ich erinnere mich noch immer, die Rosen mit einem ganz, ganz feinen Strahl. Oder eben halt dann auch die anderen Büsche, dass die dann, wenn es ein bisschen weiter weg war, mit einem größeren Strahl. Und schauen Sie mal hier, mit einem Dreh können Sie hier alles umstellen. Und wirklich immer individuell die passende Einstellung wählen. Acht verschiedene gibt es hier allein bei dieser Düse. Und bei der anderen Düse, die wir gerade davor hatten, können Sie natürlich auch den Strahl dann immer feiner und gröber dann auch noch mal einstellen. Und da ist wirklich alles mit dabei. Hier, da sehen Sie ja gerade auch noch mal hier, vom feinen Strahl bis zu einem ganz dicken, kräftigen Strahl. Einfach zack drücken. Und vor allen Dingen, wenn ich mich recht erinnere, kann man das Ganze hier hinten nämlich auch noch einhaken. Und dann hat man nämlich auch noch Dauerstrahl. Weil daran erinnere ich mich auch noch bei diesen Pistolen. Wenn man dann längere Zeit das Ganze dann halten musste, dann war es irgendwann ein bisschen, ja, ging so etwas in die Hand. Aber hier einfach wie beim Tanken quasi sozusagen, den Hügel unten legen. Und dann wird das arretiert. Und dann haben Sie da ganz simpel und einfach einen Dauerstrahl. Da muss man da hinten den Griff auch gar nicht mehr festhalten. Also das fasse ich nicht, dass es das jetzt für 5 Euro gibt. Komplett mit beiden Düsen und dem Anschlussstück für Ihren Wasserhahn. Also da muss man, ich glaube, jeder, der einen Garten oder Vorgarten hat, muss da einfach jetzt zugreifen. 5 Euro! Ja, da ist alles mit dabei. Adapterstück ist mit dabei. Und dann hier einmal diese Spritze ist mit dabei. Und dann hier diese Multifunktionsbrause mit 8 Strahleinstellungen. 8 Strahleinstellungen ist direkt mit dabei. Und da können Sie alles direkt auswählen. Also sowas ist richtig clever. Hier unten auch das Ganze schön gummiert natürlich, sodass es gut in der Hand liegt. Sowas braucht man immer im Garten. Und sei es jetzt auch mal für den Schrebergarten zum Beispiel noch oder zum Verschenken vielleicht auch. Kann man immer gebrauchen. Ist wirklich super praktisch. Und jetzt ist ja wieder die Gartenzeit. Deshalb lassen Sie sich dieses Angebot nicht entgehen. Normalerweise bezahlt man ja für so einen kleinen Adapter schon 9,90 Euro. Hier das dreiteilige Bewässerungsset. Das dreiteilige, da sehen Sie es nochmal, dreiteilig. Für fantastische 5 Euro. Das ist ein super Angebot an der Stelle. Deshalb jetzt gleich zugreifen und gerade mit so einer Multifunktionsbrause. Von manchen Herstellern, da gibt es ja die großen Hersteller mit dem großen Buchstaben vorneweg. Ich weiß, was du meinst. Da kostet so eine Multifunktionsbrause ja schon knapp 30 Euro. Hier jetzt das dreiteilige Set für 5 Euro. Und das ist so super mit diesen 8 Strahleinstellungen, die man da hat. Also für jedes Beet, für jede Pflanze die passende Strahleinstellung. Gleich zugreifen. Sie dürfen auch hier bis zu 5 Mal bestellen. Ja, natürlich gerne. Deshalb da in die Leitung gehen. Ja, unbedingt. Ich würde sagen, nee, ich bin dran. Ah, zackig, wir machen einfach weiter hier. Weil die haben ja mit dem Zusatzprodukt heute. Ich freue mich ja schon. Ich freue mich. Ich bin ja gestanden. Überraschung, am Ende der Sendung warten wir eine Überraschung auf Sie. Okay, jetzt geht es los. Achtung, liebe Handwerker und alle, die es werden wollen, festhalten bitte, hinsetzen. Wir wollen ja, dass es Ihnen gut geht. So, für 5 Euro, zack, gibt es jetzt das hier. Stell dir das mal vor. Das komplette Bit-Set. Das gibt es. Wie viele Teile sind das? 38. Ein 38-teiliges Werkzeug-Bit-Set. Mit der passenden Ratsche dazu. Und das jetzt für 5 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Das sind hier die gesamten Bits. Das ist wirklich toll. Dann 36-Bit-Aufsätze. Dann hier natürlich die Ratsche mit dabei und der Adapter. Und jeder Bit allein. Also überleg mal, was Bits kosten. Wenn du so ein paar Bits kaufst, da bist du ja schnell mal bei 20, 30 Euro. Hier die gesamten Bits und die Ratsche und der Adapter. Alles komplett für 5 Euro. Und dann haben Sie immer den passenden Bit. Die Bits, die können Sie übrigens auch für Ihren Akkuschrauber dann verwenden. Das ist natürlich auch kein Thema. Sie haben hier 36 Bits komplett durchsortiert. In diesem tollen Set. 36 Bits. Alle in allen Größen. In Kreuz, Schlitz. Alles mit dabei. Torx natürlich. Und, und, und. In dieser praktischen Sortierbox natürlich alles mit dabei. Der 1,25 Zoll Werkzeugadapter mit dabei. Und dann die passende Ratsche natürlich. Rechtslauf, Linkslauf für 5 Euro. 38 teilig. 5 Euro. Ja, und vor allen Dingen, ich habe diese Ratschen. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin jetzt nicht der Handwerker. Aber ich habe die vor vielleicht 10 Jahren oder sowas auch kennen und lieben gelernt. Ganz einfach deswegen. Weil früher habe ich immer mit so konventionellen Schraubendrehern gearbeitet. Dann irgendwie 10 Stück davon immer rausgesucht. Aber seit ich diese Ratsche hier kenne, das ist einfach ein Hammer. Weil da muss man nicht mehr umgreifen, sondern man kann einfach immer weiter drehen. Immer weiter drehen. Man kann natürlich auch links, rechts umschalten. So. Und dann hat man eben halt ganz einfach einen viel besseren Grip. Und man muss nicht immer wieder absetzen, wie das bei diesen normalen Schraubendrehern. Sie kennen das hier so. Und nee, das bleibt einfach, zack, guck, sieht das an. Hier sensationell links, rechts gewählt. Und vor allen Dingen, man findet ja auch alle Bits immer super wieder sofort. Und die sind richtig beschriftet dann auch. Richtig beschriftet. Und man braucht jetzt nicht mehr. Der kommt auch gleich wieder da rein. Man braucht jetzt nicht mehr hier irgendwie 10 Schraubendreher in der Schublade liegen zu haben. Ja, das ist ja. Gerade wenn man jetzt irgendwie, ja, Sie kennen das. Man braucht einen großen Kreuzschlitz, einen kleinen Kreuzschlitz, einen mittleren Kreuzschlitz. Da hat man alles unterschiedliche dann dabei. Dann hat man die Schlitzschraubendreher, die Kreuzschlitzschraubendreher. Dann hat man vielleicht hier auch noch Torx oder so. Da hat man eine ganze Schublade voll mit Schraubendrehern. Das haben Sie jetzt nicht mehr. Sie haben jetzt hier nur noch die Ratsche und Sie haben hier alle Bitaufsätze. Und das war es, ja. Weil Sie haben ja jetzt hier immer das passende Bit und machen das einfach auf die Ratsche drauf. Da brauchen Sie nicht mehr eine ganze Schublade mit Kreuz- und Schlitzschraubendrehern und Torx und was, was ich nicht alles. Sondern hier nur noch diese kleine praktische Box. Das ist genial für 5 Euro. Die hat man oben in der Wohnung auch. Da muss man nicht mehr irgendwie in den Keller laufen, wo das ganze Werkzeug ist. Mit ja keinem Platz weg. Genau, das hast du oben in der Wohnung liegen, wenn du mal was schrauben musst. Oder auch, wenn mal irgendwo gerufen wird oder sowas. Man hat fix, das ist ja wie so ein kleines Taschenbuch quasi, hat alles mit dabei, kann das sogar in die Hosentasche packen. Unsere NX 53, 45 und die 5, 6, 9, da bin ich jetzt echt fassungslos, dass es sowas für 5 Euro hier schon gibt, weil ich habe da weit, 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 weit mehr für bezahlt. NX 53, 45 und die 5, 6, 9, Sie machen das natürlich richtig, liebe Zuschauer. Ich sage immer, sei schlau, schau Pearl TV. Was hätte ich sparen können, wenn ich früher reingeschaltet hätte? Aber Sie machen das jetzt völlig richtig. Für 5 Euro seien Sie jetzt mit dabei und dann sind Sie allzeit bereit, umzuschrauben und zu drehen mit Ratsche und Bitset hier. Finde ich super. Ist das nicht toll? Du bist gut, oder? Superschöne Produkte. Ich buzzer mal und hole direkt das nächste Produkt von unserer bezaubernden Diana. Die steht da immer schon bereit. Die haben Sie das gesehen, immer zack flitzt die hier los. Die hat immer schon das nächste Produkt. Oh, ja, es wird warm. Haben Sie den Wetterbericht gesehen? Es wird super warm und was braucht man da? Perfekt. Ein bisschen Abkühlung und das hier ist super portable. Schauen Sie mal, das ist hier ganz klein und zusammengepackt in der Box. Man hat hier diese kleinen Rotorblätter und das hier. Das ist jetzt der Ventilator. Das bedeutet, man kann den auch perfekt mal mitnehmen, gerade wenn man jetzt vielleicht auch in den Urlaub fährt oder sowas. Oh ja, bitte. Dass man sagt, komm, ich nehme mal meinen Ventilator mit und der wird jetzt riesengroß. Ich baue den mal eben zusammen, dass wir uns das mal anschauen können, weil der ist wirklich dann riesig. Und ich stapsel mal eine in der Zwischenzeit. Warte, ich baue ihn erst kurz zusammen. Okay, gut. Dann entwirre ich hier schon mal das Kabel. Das ist nämlich ein riesen Ventilator. Das hatte ich mal in einem Hotel und da hatten die und es war bitteschön Mai. Und da hieß es nämlich, tut uns leid, die Klimaanlage kaputt. Ja, und dann steht man da und hat es irgendwie gefühlte 50 Grad im Zimmer und keine Ventilation, weil normalerweise ist ja die Klimaanlage dann an. Ja, hat dann drei Tage gedauert. Also ab jetzt werde ich sowas mir unbedingt mitnehmen. Ich stapse mal ein. Sekunde. Ja, stöpseln wir mal ein und dann geht unser Ventilator hier los. Und schau sie sich das mal an. Ein riesen Ventilator, den wir hier haben. 40 Zentimeter Durchmesser von den Rotorenblättern. Das ist natürlich ein Traum, wenn man so einen riesen Ventilator jetzt zu Hause hat, den man überall flexibel mitnehmen kann, aufhängen kann, wenn man das möchte. Sie haben gesehen, wie schnell das jetzt auch ging. Ja, für fünf Euro. So was kostet normalerweise 20, 30 Euro. Und hier super schön, den kann man jetzt hier an- und ausschalten, wie man das möchte. Einfach in die Steckdose einstecken und schon geht es los mit diesem tollen Ventilator. Ist das nicht clever? Ist das nicht toll? Das ist doch genial. Und da besteht jetzt gleich zwei. Absolut kein Geräusch. Der ist ja, also ich höre nichts. Absolut nichts. Der ist perfekt für ein Schlafzimmer auch, ne? Genau, deswegen dachte ich jetzt auch gerade, so was hole ich mir, glaube ich, weil so Dickenventilatoren, die sind normalerweise so fest installierte, die kosten, also ich habe, glaube ich, 180 Euro oder so was für meinen bezahlt und der war jetzt auch nur unwesentlich größer. Aber so was hier für fünf Euro, absolut laufleise und kann man sogar mal hinten nehmen in Urlaub oder so was. Also das ist eine Sensation. Und vor allen Dingen, ich habe gelernt, so Ventilatoren, die sind insofern auch für den Winter praktisch, weil du hast ja im Winter immer diese Heizungsluft, die nach oben steigt, unter der Decke bleibt und das ventiliert dann ja nicht genug und unten ist sehr kalt und oben unter der Decke wäre es schön warm. Das ist ja ein Ganzjahresprodukt eigentlich sogar. Genau, und sparst auch noch Heizkosten im Winter. Das ist wirklich clever. Das ist ein Ganzjahresprodukt, so ein Ventilator. Deshalb hier jetzt zugreifen für fünf Euro. Sie können bis zu fünfmal bestellen. Nutzen Sie das aus. Vielleicht einen gleich ins Schlafzimmer hängen, den anderen dann ins Wohnzimmer oder in die Küche oder dann halt auch zu mitnehmen für den Urlaub. Man weiß ja nie, ist in dem Hotelzimmer ein Ventilator oder auch in der Ferienwohnung, wenn man eine Ferienwohnung gebucht hat, ist da wirklich ein Ventilator drin und dann schwitzt man so in dem Hotelzimmer oder in der Ferienwohnung. Hier für fünf Euro hat man seinen eigenen Ventilator immer mit dabei. Den hat man ruckzuck mal eben aufgehängt. Das ist super clever. Fünf Euro. Sie sparen 75 Prozent. Ja, das geht nur hier bei uns in der Fünf-Euro-Überraschungs-Show. 75 Prozent Preisersparnis und dann haben Sie eine tolle Abkühlung. Also das ist wirklich richtig clever hier das Ganze. Deshalb gleich zugreifen und sich den tollen Ventilator hier nach Hause holen. Genial. Mit der NC1384 und die 569. NC1384 und die 569. Das ist unsere Bestellnummer für diesen Ventilator jetzt hier bei uns in der Fünf-Euro-Show. Für sagenhafte fünf Euro. Also das fasziniert mich jetzt echt. Ventilator für fünf Euro. Mobil, klein, super leise, extrem praktisch. Ein Hammer eigentlich noch. Oder? Super Produkte, die Leute haben. Ja, komm, mach einfach. Mach. Die Augen. Lass dein Haar herunter. Schauen wir mal, was wir da haben. Oh, das ist auch toll. Das ist eins meiner Lieblingsprodukte auch, wo ich immer begeistert bin. Sieht erstmal ganz klein und unscheinbar aus. Er sieht aus wie so ein Kartenspiel-Edwi. Aber es ist was, das man immer mit dabei haben sollte, gerade wenn man unterwegs ist oder auf der Reise. Weil es kann immer das ein oder andere Malheur passieren, dass man sagt, oh, ich muss mal was nähen. Dass einem der Knopf abreißt, bei den Herren zum Beispiel. Oder dass man da natürlich vielleicht irgendwas annähen muss oder sowas. Und da haben wir hier ein 59-teiliges Näh-Set im tollen Reise-Edwi, haben Sie ja gesehen. Und da ist alles mit dabei. Da sind jetzt hier die Nadeln mit dabei. Da ist eine kleine Schere mit dabei. Da haben wir hier aber auch so einen Fingerhut mit dabei. Wir haben Maßband mit dabei. Wir haben alle gängigen Farben an Nähgarn mit dabei. Und wir haben hier auch eine tolle Auswahl mit dabei an Knöpfen, an Kleinteilen schon. Da sind auch Druckknöpfe mit drin. Da sind Stecknadeln mit drin zum Beispiel. Alles zum Abstecken. Ersatzknöpfe. Alles komplett. Also wirklich alles, was du dir, was das Herz begehrt zum Beispiel, um da mal eben diese Notfallreparaturen durchzuführen. Dann hast du hier natürlich auch alles, um dann mal einen Faden durchzuschneiden und so weiter. Also wirklich komplett das Ganze. Maßband ist auch mit dabei, falls du wirklich mal zwischendurch auch gucken musst, wie sieht es aus. Mit einer Kragenweite zum Beispiel, falls du deinem Mann dann doch mal eben schnell ein Hemd kaufen möchtest. Oder muss. Muss vielleicht auch. Und dann sieht es aus, was haben wir denn eigentlich für eine Kragenweite? Das ist immer so eine klassische Frage. Kragenweite. Und dann stehst du da und denkst, wie sieht es denn aus? Dann kannst du mal eben messen, wie sieht es aus mit der Kragenweite oder dann auch so einen Umfang, einen Hüftumfang oder sowas. Hier haben sie das komplette Set. Alles mit dabei, ja, für fünf Euro und sowas nimmt man auch gern mal mit in den Urlaub, auf die Reise. Vielleicht hat man auch einfach sowas im Auto, wenn man da das eine oder andere reparieren muss zwischendurch. Weil das ist natürlich immer so, wie, Sie kennen das natürlich, Sie haben es wahrscheinlich auch schon erlebt, in dem Moment, wo man gar nicht dran denkt. Und es am wenigsten gebrauchen kann. Am wenigsten gebrauchen kann. Am Tag, am Morgen der Messe, hatte ich das mal. Da springt dann der Knopf ab vorne, direkt der mittlere Knopf, den man immer sieht. Zack vom Hemd, der springt dann ab zum Beispiel. Und man denkt sich, oh, jetzt muss ich den irgendwie wieder annähen. Sie kennen das wahrscheinlich auch. Oder dann auch, gerade wenn man dann zur wichtigen Hochzeit fahren will, vielleicht von Bekannten. Man ist eingeladen, schön. Und genau da merkt man dann, ups, da ist irgendwie ein kleiner Riss irgendwo, den man mal eben noch reparieren muss irgendwo, weil man irgendwo hängen geblieben ist oder so. Deshalb, das ist toll, wenn man da so ein Set dabei hat. Und das kann man ja wirklich in dieser tollen Packung einfach irgendwo ins Auto reinlegen oder natürlich auch in die Handtasche mit ins Reisegepäck. Das ist ja hier das Schöne. Und man hat einfach alles komplett mit dabei. Da ist alles mit drin, was man so braucht. Auch für die Reise toll geeignet. Sollte in jedem Reisegepäck einfach immer mit dabei sein. Für 5 Euro empfehle ich das jedem, dass man da immer das Nötigste mit dabei hat. Auch gerade hier mit den Farben. Wir haben das bei uns übrigens auch. Wir müssen auch immer häufiger mal Kleinigkeiten nähen, ne Diana? Wir sind da auch immer so. Ist immer irgendwas, was man mal eben festmachen muss. Auch mit so einer Sicherheitsnadel mal eben, wenn irgendwas zu klein ist, zu groß verrutscht oder so. Da ist das ein Knaller. Also greifen Sie zu. NX 5581 und die 569. Unser 59-teiliges Nähset im Reiseetui für 5 Euro. Oder wenn man auch mal so eine kleine Schere oder sowas braucht. Hier hat man alles komplett. 5 Euro. Und liebe Zuschauer, diejenigen, die jetzt gut aufgepasst haben von Ihnen, werden gemerkt haben, wir haben schon 6 Produkte gehabt. Das heißt, jetzt wäre eigentlich die 5 Euro schon vorbei. Nein, nicht so heute. Denn wir haben eine Überraschung für Sie. Und die kommt jetzt. Deshalb festhalten. Bonus-Kotos! Los geht's! Da haben wir noch was für die vorbereitet. Jetzt geht es hier nochmal richtig rund. Und da haben wir für 2 mal 5 Euro. Das heißt, für 10 Euro haben wir was ganz Tolles für Sie vorbereitet. Das sind Produkte, die normalerweise wesentlich mehr kosten. Und die es jetzt wirklich nur in begrenzter Stückzahl gibt. Das heißt, wirklich ganz schnell zugreifen, weil das ist ein Riesenknaller. Wir haben jetzt hier, Achtung, da. 1, 2, 3. Das ist jetzt hier ein Stabmixer. Schauen Sie sich das an. Das gibt es doch gar nicht. Und zwar inklusive diesem Becher, inklusive Deckel und der Stabmixer. Das alles zusammen für 10 Euro. So was kostet normalerweise 30 Euro. Unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller. Jetzt hier für Wahnsinnige 10 Euro. Und wer noch nicht so ein Gerät zu Hause hat oder wer sowas auch mal verschenken möchte, vielleicht an jemanden in ihrer Familie, für 10 Euro. Das ist der Wahnsinn sowas. Für 10 Euro gleich zugreifen, weil das ist wirklich Bedienkomfort pur. Wir haben hier unten dieses Schlagmesser aus Edelstahl. Zerkleinert auch perfekt, püriert perfekt. Damit kann man jetzt tolle Mixgetränke zubereiten. Man kann auch mal Babynahrung zerkleinern zum Beispiel. So einen Stabmixer braucht man zum Mixen, zum Pürieren, zum Zerkleinern. Braucht man immer. Ja, und ich überlege gerade. Ich habe jetzt an diesem Wochenende, ich konnte einfach nicht vorbeigehen, habe ich mir einen Erdbeermilchshake gegönnt. Das sah einfach zu lecker aus. Was haben die gemacht? Genau, die haben ein paar Erdbeeren genommen. Ich glaube, sechs Stück oder so was. Da reingenommen. Ein bisschen Milch drauf. Noch einmal durch. 5,50 Euro bitte. So, das heißt, nach dem zweiten Milchshake hätte sich das für mich schon komplett amortisiert. Vor allem, du kriegst den Becher auch noch mit dazu. Den Becher mit Verschluss hast du hier mit dazu für 10 Euro. Kommt direkt mit. Also, wenn du jetzt auch mal was zerkleinert hast und da ist die Messskala auch mit drauf. Allein so ein Messbecher mit Deckel kostet ja normalerweise schon gut 5 Euro oder mehr. Und der ist mit Deckel. Den können Sie dann auch in den Kühlschrank stellen, wenn Sie was zerkleinert haben. Messbecher mit Deckel und hier der tolle Stabmixer jetzt für 10 Euro. Solange der Vorrat reicht. Das ist ein Knaller, den wir hier haben. Deshalb sichern Sie sich Ihren Stabmixer mit Becher, mit Messbecher inklusive Deckel für 10 Euro. Der Wahnsinn, dass wir das hier jetzt anbieten dürfen. Das ist wirklich ein Bonus. Solange der Vorrat reicht. Ein Knallerprodukt. Also, davon werde ich mir auch direkt einen sichern. Ja, als Küchenfee, das ist Pflichtprogramm, oder? Ich liebe ja sowas. Ich bin ja total begeistert. Und so ein tolles Gerät. Vor allem, der ist richtig schön. Der liegt gut in der Hand. Spülmaschinen fest. Weil Sie können das ja hier unten entnehmen. Das kann einfach dann in die Spülmaschine. Das ist Spülmaschinen fest. Das ist ja ganz wichtig. Also, super genial. Auch der Becher hier einfach in die Spülmaschine. Leichte Reinigung, das Ganze. Genial. Für 10 Euro. So, Mixer, Becher und Deckel für 10 Euro. NCR 35,90 und die 569. Also, das ist wirklich mein Knaller des Tages hier. Greifen Sie dazu. Also, sowas jetzt für 10 Euro. Besser geht's doch nicht, oder? Ja, wenn auch Sie so hin und weg wie die Kathi sind, dann ruhen Sie jetzt schnell an. Mit der NCR 35,90 und die 569. Weil da bin ich auch ganz fest und zu dem Megapreis wird der ratzfatz weg sein. Also, schnell sein, jetzt anrufen. Und vor allem immer dabei sein um 17 oder 19 Uhr. Dann gibt's nämlich die neuen Ausgaben der 5 Euro Show. Viel Spaß damit.